Eine Überraschung um 8 Uhr. Ein Paket von der Iris. Na, das sieht ja wieder gut aus. Was ist denn Paul? Der ist draußen. Der ist auf dem Balkon. Was steht hier? Bitte erst am Geburtstag öffnen. Mensch stimmt, ich habe ja ohne Geburtstag. Ich habe die Zeit verhiert. So, ich muss die Kamera ausmachen, sonst kann ich nichts draus holen. So, jetzt sieht es besser. Den werde ich erstmal hier hinpacken, da rauf. Und, na, her durchlesen. Ja, Paulchen. Bitte erst am 24.12. öffnen. Machen wir doch. Paulchen, Paulchen. Können wir gar nicht. Aber Paulchen ist alles. Lekali. Minis. Minis. Kenne ich auch nicht. Der Paul. Der Paul ist da. Na, ist der Arsch abgefroren? Komm her. Komm hierher. Wo ist er denn? Ach da. Komm her. Na, dann platziere, wa. Kommst du nicht rauf. Na los, rauf. Ach, dein oller Fleck. Jetzt bekommt der Antibiotika noch dazu. Der kratzt sich das immer wieder rauf, Mensch. Furchtbar. Aber das scheint ihn nicht zu stören. Die wird es. Zum Andenken an Püppi. Na, da bin ich gar nicht gespannt, wenn ich das aufmache. Oh, die Kerze. Ja, die passt da mit hin. Lekali für Paulchen. Ja, was zumachen hier. Wird kalt. Und komm her. Alle deins. Ne, das ist Herrscher. DM Kaffee. Habe ich auch schon mal gehabt. Das ist alles Paulchen hier. Alles, Paulchen. So, jetzt muss ich mal die Kamera ausmachen, sonst kriegt er da nie raus. Ja, Paulchen. Da kannst du schlimmern. Übergewicht. Ja, das hast du ja. Das hast du ja. Super, super. Iris, ich sage danke. Tausendmal danke, tausendmal danke. Ah, lecker. Aus Frankreich. Aus Frankreich. Spekulatius. Punschgewürz. Honig. Honig. Irgendmal Anis, Zitrone. Ey, super. Muss ich mal probieren. Nur am putzen, wa? Ja. Ach, jetzt darf ich erst mal den Brief lesen. Jetzt werden wir erst mal lesen. Ja, nochmal vielen Dank, Iris. Und das werde ich natürlich erst an den bestimmten Tagen öffnen. Und zwar unter laufender Kamera. Frau Paule? Guck mal, das ist der Paulchen. Das ist der Paulchen. Kannst du lesen, ja? Guckst du sowas, ob du lesen kannst. Na ja, das packen wir aber erst zu Weihnachten aus, wa? Ja, das ist ja schick. Das ist ja gut. Guck mal hier. Paulchen. Prima. Das gefällt mir. Passt gut in meinen Schrank rein. Super. Na, sieht doch gut aus. Hier, leckerli. Guck mal hier. Das schmeckt, wa? Paulchen. Na, noch einen. Noch einen. Noch einen. Kommen die so stürmisch hier. Eh. Na? Ha? He. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.